Hallo YouTube! Heute zeige ich euch mal das Benchmade Persidio Ultra mit dem Axis-Lock. Mit dabei war dieses Seitensäckchen. Hier die Verpackung. Das Messer wiegt ca. 200 Gramm. Ist mit einem Stift versehen. Es ist ein Einhandmesser. Die Klinge ist 2 mm dick und geht vorne fast auf Null zusammen. Sie ist hier verdünnt und dadurch relativ scharf. Die Klinge hat 0 Klingenspiel, also keinen Zehntel Millimeter. Da wackelt gar nichts. Wegen diesem Axis-Lock System. Es ist ein sehr gutes System. Der Gürtelclip ist auf die andere Seite umsetzbar. Das Griffmaterial besteht aus G10. Ist sehr hart und sehr grifffest. Das Messer liegt sehr gut in der Hand. Und der Preis beträgt 120 Euro. Ich kann das Messer nur weiterempfehlen. Und ich würde es wieder kaufen. Bitte bewerten und kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.